Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich eine Runde Aram. Da habe ich mich für Urgott entschieden. Mit dabei sind heute die Jessie als Bart, Snowy als Akali und die Alexa mit Shyvana und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Klickst du da die ganze Zeit mit der Maus so schnell oder was? Ja. Ah, siehst du, wie ich das höre? Ja, es ist immer noch gute Ohrschchen. Tor! 1-0, dritte Minute. Meine Güte, die Schreis, aber Alter. Ja, Tor, 1-0 Deutschland, dritte Minute. Boah, bist du verrückt, ey? Schakabum! Was spielen die jetzt? Ich dachte, die spielen morgen. Hast du ihnen schreien gehört, Chef? Boah, ich habe meine Headsetten noch nicht mal aufgehabt, da habe ich die schon in Schreien. Ich würde dir der Prozess gemacht. Schlotterbeck war's. Ich dachte, die spielen morgen. Die Deutschen. Nein. Alle, können wir mal weggehen. Jetzt mal klicken. Oh, Le, oh, Le. Ich stehe für eine Ideologie. Kriegste zurück Ach, die haben Peik. Ich hab noch gar nicht gesehen, was die überhaupt alles hier haben Ich auch nicht. Bin ich voll abgelenkt H6 ist wahrscheinlich schon wieder... Du hast aber... abgekannt, aberkannt, aberkannt Abgekrampt Scheißen Dreck, Bullshit, Mistikacken Warum? Weiß ich nicht. War für mich ein schönes Tor Vielleicht zu hart den Torwart angegangen Keine Ahnung Ich hör's ja nicht, ich seh's ja nur Und auch nur nebenbei Aber ich schätze, dass es war, weil er ein bisschen hart an den Torwart gegangen ist Mann, das ist ein Männersport, wird er auf Was soll denn sowas? Was soll denn sowas? Alter, wieso alle dreckig nachvollziehen? Alter, wieso alle dreckig nachvollziehen? Ich geh nach Hause Ich bin ein Gott, ein Ur-Gott Kann man die schon Elfin töten? Das ist bei mir Nein Sonst muss er auf Snack gehen Den Rabi Oh, schon reinpacken Warum? Bei dem Ur-Voll Was soll denn sowas töten, wenn man langt hat? Achso Achso Ach, macht's ja Achso Oh nein Oh, war der Falsche Schön, dass die alle vielleicht schon töten Ja, aber irgendwie Oh nein, ich hab gleich da keinen Mana mehr Ich brauche nur Mana-Item Wohl die einfach Mana-Träne Ja, muss ich auch Das ist jetzt Ich war letztes Mal auch vergessen Ich vergesse das auch Ja, aber die braucht man unbedingt Ein essentielles Item auf Ur-Gott Ja, vor allem am Anfang Später kann man die ja noch verkaufen Aber so am Anfang ist das echt Ich war leider nicht da Nun gehörst du mir Aber ist er gut getroffen Mal schön runterge... Runtergezogener Den hole ich auch Check Ja Sehr gut gemacht Das läuft, Mädels Mann, guck mal meine Ulti war doch super jetzt Die war perfekto Oh Wo ist er hin? Ach da hinten Ausgewandt wie ne Pussy Willst du wieder auf den Käfer draufstehen? Oh ja, Käfer zertreten Oh, gibt das für Heilung? Meins Hehehe 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 Heihe 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 Ich meine Easy Kill gemacht Wir sind ja ein komplettes AD-Team Oh cool, danke für's Bescheid sagen Jon macht ein bisschen AP-Damage Mit seiner Passe Ja, aber Unwesentlich Schicht Ich will in ihre Augen sehen, wenn die Hoffnung in ihnen erwischt Gehe Wer nicht leidet? Neiden Hehehe Heihe 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 Ja bitte sehr Hehe Nein, das brauche ich noch nicht. Ich brauche erst Rüstung dieses Mal. Erst Rüstung. Dieses Mal wollen wir gewinnen. Und deswegen gehe ich brutal tank. Ja, Snowy schicken wollte, sagt er ja, ne? Was wollt ihr da? Ja, das Beste, das muss das jetzt nicht gut werden. Ach so, ne, das habe ich gesagt. Ne, das dritte Game muss nicht gut werden. Ach so, ja, das kann sein. Ach ne, ich habe geschrieben, als Söden weg warst. Habe ich geschrieben, genauso wie Eden, nur besser jetzt. Ach so, aber kann ich sagen, das hat er mich Snowy Chicken gelegt. Nenn ihn einfach Snowy. Snowy, ja, Snowy. Snowy Chicken hört sich irgendwie doof an. Was heißt der doch? Ja, das ist sein Name. Oh, das ist sein Name. Es gibt doch doofe Namen. Ja, gibt's auch. Die Schweren sind verdammt. Entschuldigung Snowy, falls das hieß, war nicht so gemeint. Ich klicke Rechte raus. Das ist schön, wir fallen richtig darauf rein, wir fokussen nicht ohne Ende. Oh, das widerrigste happen. Oh nein, mein Ulti ist weggegangen. Also gefehlt. Der Dalton. Mach den Power ganz fix. Ja. Läuft ja mal ziemlich gut, diese Runde. Ja, ich habe es auch wieder gemacht. Ich wusste, dass du sowas machst. Wartet doch auf euren Tank, Leute. Gegen mich wurde mitgezogen. Ja, wir waren doch Tower-Headers. Ich habe doch hier einen Tower auch... Ich habe doch den Tower, ähm, der Ulted. So. Ich habe ihn jetzt erstmal eine halbe Stunde getankt. Was? Aber eher unfreiwillig. Aha. Unfreiwillig, sowas. Jetzt hole ich mir das Ding hin. Als nächstes hole ich mir noch die Sound-Mail. Ha, 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 ha. 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 Großer Rami-Lache. Bin ich nur ein Gott, ich bin auch ein Unterlegkross. Jetzt ist schluss mit der Zappelei. Was macht jetzt zu schluss mit der Zappelei? He, he he. He, he, he. Oh, die Jinx macht mich einfach verlassen. Ja, wir sollten uns vielleicht um die zuerst kümmern. Ja, hier. Ich nicht. Ja, ich geb mein Bestes. Ich bin, ich bin nur Bart. Hm. Die läuft immer von mir weg. Oh, was man vermissen macht. Bevor sie muss. Der ist in die Akali. Sui. Ohi. Ja, Sui. Was wollen die denn? Hm. Keine Ahnung. Uns. Mich. Oder Snowy wollen sie. Ja, aber nicht, wenn ich davor stehe. Ich bin genau zu unsterblich jetzt gegen die, außer wenn die Jinx volle Granate reinballert. Und? Ja, die ist so low. Ich hab's doch immer vorbereitet. Ja, ich bin bereit. Hahaha. Hahaha. Kommt her, ja. Komm, 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 komm. Na gut. Hahaha. Alter Vater. Mann, nebenbei. Ne, hat sich's weggemacht? Boah, ich mach das ja an. Hahaha. Ach, schade. Einen hat die Jung. Ah, aber jetzt wieder die blöde Jinx. Ich bin geslowed. Ich mach den Tower hier noch, dann kann ich mal sterben. Ach, ne, doch nicht. Hahaha. Hier, was du heilen. Ach, Heilung. Ach, jetzt aber. Meine Fresse. Hm. Ich hab's mir auch auf Kling. Ach, meine Fresse. Ach, meine Fresse. Ah, den Kha'zix! Kannst du ultien? Äh, noch nicht. Ah, brauche ich gar nicht. Wahrscheinlich muss ich aber raus. Lass mich sterben. Mach mal was hier drin. Ach, Mädel. Hast du es nicht sterben zu lassen? Ja, oder? Ich muss sowieso gleich mal weiter. Ich habe mich wortwörtlich... Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. verkaufen tut weh ne aber den gegnern mehr als mir auch schade die runde hätte ich noch eine halbe stunde weiterspielen ja ist ja 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 so eine runde aber macht auf jeden fall immer wieder richtig bock und ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja würde ich mich für immer bei einen daumen nach oben einen netten kommentar oder wenn ihr noch nicht habt natürlich auch über ein abo sehr freuen in diesem sinne bis zum nächsten game euer ramm